Musik Spiel Bedrohung Wow wir haben jetzt gut zum Crew Oh mein Gott Jetzt kommt der Boss heute Hör mal. Hör mal. Diese Augen. So viel Staub von der Schulwerkstatt heute in der Nase. Oh, jetzt kommt der wieder. Jetzt wird sie falsch in der Best-Sucke. Jetzt wird sie falsch in der Best-Sucke. Jetzt. Was, fine. Let's go. Du bist schon Arschloch, oder? Ah. Bewegt dich. Ah, wir müssen sie, glaube ich, einzaugen. Genau. Warte, ich saug's ein und du musst schießen. Du musst auf... Steck ab. Ah, spring. Ah. Nochmal. Ah. Hey, nee. Drück hier. Spam hier, schnell. Ah. 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 Ich saug's ein und du schießt. Abmarsch. Oh. 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 Das ist doch kein Müll mehr! Bleib hier vorne, bleib hier vorne! Saug! Warte! Ah! Nein! Warte noch! Warte noch! Jetzt! Musst du mal kurz warten, bevor ich... Ah! 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 Was ist das? Das könnte tödlich enden. Ah fuck, fuck, fuck! Ne, ich bin tot! Nein, Game Over! Nein! Was ist das aber für ein Staubzauger? Das ist doch geil! Zurück an den Absender! Oh, jetzt! Oh! Darf jetzt deine Augen aussaugen? Bitte! Und... Ih! Oh! Oh! Oh... Oh! 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 Das ist schon leicht eklig! Oh! Was ist das? Ah, ey, ich habe springen gedrückt, ich werde eingesaufen, das ist so lächerlich. Ach komm, man darf nicht so weit laufen, was ist das denn für ein Müll? Oh Mann, man hört dezent meine Tastatur. Nein, jetzt kommt wieder das behinderte Goof wetten. Ich habe. Ja, Mann! Oh! Du süßes Arme, das ist so drückend. Diese unterschiedlichen Augenfarben. Dicker Bruder, dieser Werkzeug aus. Ah, ich darf ja nichts ausmachen, nicht so wie du. Wow. Oha, ich habe direkt das Backpack. Oh, du hast Nägeln. Ja, guck. Der hat mal in die Steckdose. Oha, dein Gürtel. Oha, was kann ich jetzt? Kann ich was machen? Ah, nee. Leil, ich will runter. Oha, Junge, guck mal. Guck mal. Kann ich reinnehmen, Junge? Pass mal auf, okay? Schieß mal dein Dings hier an die gelbe Dings ran. Ah, okay, okay, okay. Du musst es jetzt machen. Oh, wie schnell bin ich mit dem Hammer? Guck, nein, du musst dein Dings an das Teil schießen. Ein Nagel, dann ist es gesperrt. Genau. Warte, jetzt komme ich auch. Digga, du bist so ein... Ich schieße ja an die Wand, an die Wand gerade. Nein, hallo. Jetzt lass Markus bitte. Ah, nein. Verkackt. Geil. 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 Okay. Was sind das für Kleber? Äh. Schieß mal bitte Dings hier ran. Hallo. Hör mal auf jetzt. Ich seh A da. Oh. Halt's auf. Hier. Ruf. Zwei Nägel. Was ist das? Okay, da brauche ich dich. Okay. Jetzt A. Jetzt musst du deinen Nagel gleich an die Wand schießen. Guck. Da und. Siehst du's? Warte. 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 Ah, nee. Schieß ran. Warte. Du mal kurz unten. Ich denke mal, dass... Ich weiß nicht. Ich kann ja ausprobieren. So f*** bin ich jetzt auch nicht. Boah, geil. Ja. Ja. Alter. Lass mir eine Flasche übrig. Wow, danke. Danke. Komm jetzt, Liebe. Oh. Oh. Man kann's auch überspringen. Nein. Nein. Follow it. Keep following it. Keep following it. And you will find the challenge you see. Yeah. Woo. Welcome to your first couples challenge. Win or lose. You must do it together. Geil. Let's go. Oh. I guess we're gonna have to. Oh. You're afraid of losing? Me? Huh. No way. Bring it on. Oh. Well, I'm gonna bring it. I'm here. Yeah. Kill me. I'm here. 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 Ok. Anthony. Hmmm. I'm here. Oh. Oh. Okay. I'm here. You can't eat. I think that's my diet. That's. Oh. Thank you. When I went to the next time. That's what changed. Oh. Ich hab's! Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt den Nagel zurückgerufen würde? There's another machine in the way here, Cody! Hä? Ich seh nicht. Schieß mal da bitte auf das Gelbe. Genau. Ah, stell dich mal da drauf. Jetzt musst du deinen Nagel da hinschießen. Jetzt kannst du durch. Nice. Ach, das habe ich bei Dings gesehen. Das ist eklig der Parcours. Hast du dich spoilern lassen? Ich habe schon viele Videos... Dang, guck dir mal diesen Parcours an. Was machst du? Schieß mal bitte hier deinen Nagel hin. Nein! Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Du kannst deinen Nagel wieder zurückholen. Ich hab schon Ball. Jetzt guck mal erstmal, was ist das hier oben schraubt, das da. Du musst unten, guck mal siehst du unten unten. Lauf mal weiter vor, lauf mal weiter vor. Du siehst bei mir. Guck mal, du siehst, du kannst auch hoch gehen. Ja, ich guck gerade mal. Du siehst unten, 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 da wo es sich bewegt. Da musst du dran schießen, kurz bevor das Teil da... Jetzt! Jetzt zieh ich zurück. Mach den Nagel rein! Mach den Nagel rein! Boah! Ja, aber so hab ich nicht diesen Stress. Wow, danke. Bitte. Schon warm. Ja, ähm, hallo. Oh! Ah! Oh! Nein! Ah! Ah! Nice one! Ich schieße mal oben an die Wand. An die andere. Nee, das wird eklig. Nein! Was machst du?! Warte, jetzt war mein Spieler. Warte, ich ruf den anderen mal zurück. Ja, schieß hier. Wow. Ich schieße erst, wenn du dann wer passend bist. Ich mach einfach, schieß! Schieß! Ich kann weit genug springen, das ist... Das Problem ist da unten, bin ich tot. Ich brauche den oben. Ach dir, was macht die denn? Oh mein Gott. Bleib ich da frutschen. Jibby! Jibby! Oh. Ja, ist gut jetzt. Oh! Oh. Ich schaue alle Nägel. Jaaaa! Jetzt! Ich bin viel zu spät. Na, guck. Ich glaube, was ich vor den ganzen Tag vor den Augen gemacht. Ah, da. Ich hoffe nicht. Jetzt. Jetzt. Ready? Oh. You know, wir zwei haben ziemlich gute Teamwork. Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hey. Schon. Kannst du dir nicht durch, hm? Mehr. Ja. Ja. Du Kramalbolzen. Ach, das ist der Werkzeugkopf. Ach, jetzt auch nochmal Busfight. Ach, nein. Nein. Lauf. Lauf. Was ist das denn für ein Krankhoch? Ah, da geht's runter. Ah, nein. Ich wollte da lang. Überleben, überleben, überleben. Einfach kurz. Du siehst, wo die Nägel kommen. Du siehst, wo die Nägel kommen. Ich warte. Ich bin weg. Schnell. Ah. Lauf. 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 Sprinte. Sprinte. Ich bin tot. Wirklich. Ja, warum geht der nur für mich, Mann? Ah. Ansonsten Sprinten hier bei Tastatur ist echt ein bisschen blöd. Nein. Du, ah. Drück E, drück E. Das war dreckig. Kannst auch darüber. Ja, hab ich... Oh mein Gott, was ist das? Was ist... Was ist... Was ist das bitte für ein Keller? Was ist das bitte für ein Keller? Was? Ja, okay. Das ist das schlimmste Keller, den ich jemals gesehen habe. Was ist das für ein scheiß Werkzeug? Du musst da drauf. Was ist das für ein Junge? Ich glaube, da oben muss ich den Lager reinballern. Damit der oben bleibt. Jetzt auf. Nein. Ich leg noch. Warte. Überlieb. Dann geh weg von den Legeln. Jetzt. Okay. Du musst auch da hoch. Du sollst auch da drauf und dann schießen. Wow. Da springt er jetzt drauf. Hallo, geh auf die Plattform. Junge, bist du lost? Du sollst hier drauf und dann das Teil schießen. Ich muss da erst einen Nagel reinha- Na, hau da jetzt drauf. Junge, bist du lost? Wenn ich hier drauf bin, kann ich keinen Nagel reinschießen. So, das hätten wir auch verdammten machen sollen. Mein Gott, der Scheiße. Da. Ja, genau, genau. Der Scheiße. Du musst deinen Nagel da ran schießen. Doch, du musst schon schneller machen, Mann. Ja. Ja. Das ist so crazy, mit dem Ding nicht zu aimen. Das hat Auto aim. Ja. Ich versuch's, ja. Ja. Danke. Braucht er 20 Jahre und überhaupt einmal einzig. Ja, okay. Ja. Okay. Okay, dicker. Ja. Links. Steady now. Nein. Was macht die? Ha! Ha! Ja! Ja! Komm! Was? Oh, oh. Schaufen! Shit! Was ist mit dem Typen los? Was ist mit dem Scheintypen los? Ah! Was? Nö! 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 Alter, was ist das? Das kam unerwartet. Achtung, die Rückhandstelle kommt! Jetzt schieß sie wieder ran! Schnell! Nägel! Jetzt kommt wieder die Schaufel! Oh, oh. Platz! Wow! Alter, die Frau ist verrückt! Ja, da ist ne Deodose! Da ist ne Deodose! Das ist ne Deodose! Du weißt ja, ne? Let's go, baby! Äh... Jetzt schieß auf das Ding! Du musst dann auf die Teile... ...dich aufschießen! Ja, ich sieh's! Jaaaa! Mamma mia rwaka mudana! Nein! Geh weg! Nee! Nee! Es geht auf dich! Es geht auf dich! Platz! Nee, ich bin schneller! Haha! Ich bin schneller! Hallo! Ahaha! Du Opfer! Ja, komm wohl raus! Danke! Platz! Nochmal! Nochmal! Ohhhh! Hör so auf damit! Wir sehen hier vorne! Ah! Als ob ich da zweimal von diesem Drecks näher geklappt hätte! Zu teilen! Das ist der Schildkarte! Das ist der Schildkarte! Das ist der Schildkarte! Da ist doch ein Schildkarte! Schnell dich drauf jetzt. Komm mal, komm. Ah, da hat die Scheibe. Jetzt müssen wir noch einmal gut überleben. Da, wo es angeschnitten ist, da kommen die Sägen hin. Guck mal, was über dir ist. Oh, meiste. Komm, hau zu. Ah, fuck. Wollt Risiko machen. Überlebe, überlebe, überlebe. Das hast du für mich noch einmal getrunken. Oh nein. Jetzt stell dich drauf. Nach 20 Jahren, Alter. Oh, wow. Yes, I'm ready. I'm so ready for this. Oh, tickles. It tickles. Yeah, there you go. Thank you. Wahoo! I need a brand new! Look at me. I'm home. I'm home. You saved us from that brust in 2-Bucks. Thank you. 2-Bucks? Ich hab verstanden B-Bucks. Yeah. Wüsste sie, wer ich bin? I'm part of this too, weren't my hero love. Did you see that explosion? Anyway, we still have to get to the school of the course, of course. Sebastian, can you help them out? They have to get to the other side. Oh, what? Step on board. Come on, it's safe. Yeah. This doesn't feel safe, I'm not sure. Just relax. Don't worry, he's very precise. Sebastian, sling it. Ha ha ha. Not just. Ah, never Sebastian. Ready? Ready? Oh no, she's leaving. Rose, wait. We need your help. Run, no. What is that? What is that? Just close the door. Ah, no, 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 no. Help us out. Rose. Rose. Oh, me. Stupid boss. What is it, you idiots? Now we're stuck in here. Stuckmask is a metal construct. If you stare at the closed door, you will miss. And let's open. Okay, FYI, there is only one door in the kitchen. And one. And down. Oh, dude, we had that hubby sound. Hey! Let's go to the window. Woo! 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 This guy just didn't want to. Jesus. Woo! Yeah. Woo! 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 Hebrews 4 Oh, man. Let's go, she's混 in, bro. Ich bin genau reingesprungen. Ah, ich glaube, wir müssen das gleichzeitig machen. All right, one more time. Ich bin doch schon an der Kante. Ja, auf. Ich hab's vermutlich. Ich muss auch das... Nochmal. Hey, Junge, was kannst du eigentlich? Junge, du kannst gar nichts. Drück! Ich bin auf der Maschenseite gewesen. Ich muss mal schnell unterwegs sein. Ah, ah, leute leute! Na, 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 na... Hier kommt das Buch. Ja, ja, wir müssen sie finden. Ja, ich weiß, wir seien wie Dolls, aber wir sind eigentlich ihre Eltern. Ich weiß. Aber mir hängt jetzt gerade meine ganze Pizze hin. Was ist denn jetzt los? Oh, erzähl euch. Hier hängt die OBS auf. Hm. Ah, jetzt. Ja, ich bin tot. 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 Was ist passiert? Oh nein. Was ist mit uns? Was ist passiert? Was ist passiert? All I know is that Rose sat down there with her dolls and then you two came alive. Just like that? You didn't see anything else. Well, there was one unusual thing. Why? What happened? She was crying. I know. Quite unusual for Rose. But I am 100% sure. Because I could see her tears falling under the dolls. Oh, wait a minute. I know what happened. It's a spell. You're ridiculous Cody. We've got to apply logic. Okay. We are having a conversation with a pair of binoculars. There is no logic in that. I don't even believe in spells. Did you believe you could be turned into a wooden doll? Exactly. It had to be the tears. It was a spell I am telling you. So, if it is a spell, how do we break it? Okay. I got this. Yeah. Me and Rose, we read all about this spell stuff. I am a virtual wizard right now. Okay? Just give me some space. I need to think. Bullshit. Okay. So, if the spell was cast through her tears, then in order to break it... Oh. In order to break it, we have to reverse it through her tears. Boom! Right. Okay. We basically have to find her and make her cry on us again. Yeah. Really? Okay. Okay. Do you know where to find her, Miss Binoculars? No. She's in her room. She's in her room. Go on. Okay. Thanks. Come on, mate. But how do we get to her room from here? Easy. We just climbed the tree. This way. What? You're never going to make that jump. Yeah? Watch me. Whoa! Goddammit! Let me throw that bird! Whoa! Come on! We'll throw us the rope! It's too far! Go! We're there! Love! Undecent! Whoa! Whoa! Shut up and throw us the rope! Okay, okay! Hey, relax! Come on! You want the rope? You want the rope? Come on! Whoa! 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 The tree is huge! Don't worry about it. The rope will die in an instant. Can I... Can I... Ich will die zerquetschen. Oh, Digga, was kann ich eigentlich? War jetzt for real. Halt, ich sollte mich mal kurz richten. Was kann ich? Ah, da muss ich... Du kannst die echt zerquetschen! Du kannst die echt zerquetschen! Du kannst die echt zerquetschen! Hey! Digga, was kann ich eigentlich? Das ist Premium-Content vom höchsten Niveau hier im Stream. Hehehe! Hehehe! Scheiße! Zerquetsch mal eine! Das ist so lustig! Woah! Ah! Oh, dass ich nicht verstehe. Das ist so lustig! Ich habe auch nicht gewonnen. Ja, ich habe schon lange Zeit gelesen. Ich habe einen Stunt. Ja, ich habe doch noch zehn Minuten. shutsiert das Ganze... Ist das einfach so lustig! Ich habe dich gerendigt. Ich habe auch nicht geprüst. Es ist das sehr viel geholfen. Ich habe noch nicht geprüst. NIE! Als ob ich so schwer bin. Ja, ich kann sehen, wie weit es ist. Ja, ich kann sehen, wie weit es ist. Deswegen müssen wir weitergehen. Vielleicht gibt es jemanden in der Mitte, die können uns helfen. Oh, 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 oh! Was machst du? Wir wissen nicht, was ist da drin. Komm schon, es könnte ein Schottkut zur Haus. Ja, aber was ist es nicht? Wer hat dich? Wir kommen in peace. Wir versuchen nach der Haus. Die Haus? Was ist dein Business da? Wir haben nicht Zeit für das. Ist das ein Schottkut oder nicht? Nice one. Wo kam das Glas her? Ich habe gesagt, das war eine schlechte Idee. Nicht hilfreich. Komm schon, hilf mir zu pushen. Es ist zu schwer. Warum das Glasgar? Oh, das ist großartig, Maid. Wir sind in prison, aber das Bild ist unglaublich. Nein. Dad? Dad, ich muss euch etwas erzählen. Es ist wichtig. Habt ihr gehört von diesem Buch? von Dr. Hakeem? Er sagt, es ist wichtig, dass sie sich anderen geben. Wenn du willst, kannst du das Buch kaufen. Okay. Wenn du willst, kannst du das Buch kaufen. Okay. Ich will nicht mehr. Der möchte schlafen. Ja, okay. Ich werde jetzt noch die Dings anschauen, dann würde ich etwas essen gehen. Ich will noch etwas zu essen machen. Dann bin ich eine halbe Stunde weg. Dann können wir gerne weiter machen, wenn du willst. ich bin gespannt wie ich das nachher schneide ich kann es zurück zum zweiten Teil dann aufnehmen wer ist das so? der sechste oder siebte jo ah ok was ist los mit dem du kannst mir nicht erzählen dass er ganz recht den eichhörnchen ist wie fett er ist ja jeder isst mal gern er hat so viele nüsse wir sind die avenger mit nem mess so wir gehen die sind sehr um an Kann man mal kurz drüber reden, was im Eichhörnchen Fiegel-Gosen ist? Ich weiß nicht. Diese Narbe ist krank. Gegen der Wespe. Und dieses Messer. Jawohl. Sie müssen echt Hordes sein. Hey, das ist unser Remote-Kontroll. Leute. Diese sneaky Roden. Schau, unsere Fotos. Wie krank ist das bitte? Sie haben einfach ein Bild von unserem Kind. Ja, nein. Ja, mega nein. Die ist berühmt. Kein großer Verlust. Ah. Seine Unterwäsche als Flugzeug. Die Wasps haben evadiert. Unsere Trennen verbringten. Sie müssen sie auch töten. Was? Wir können nicht die verrückten Kreaturen töten. Was? Was? Was bekomme ich für eine geile Waffe? Was? Das ist immer das coolste Zeug, Digger. Ich möchte das haben. Was? Das ist ein Roboter. Was? Voll geil. Ich seife, Alter. Ja. Ja, ich hab so... Keine Hande. Ich bin richtiger Harzer. So. Ich mach mir jetzt die Pause. Dann geh ich jetzt was essen. Eine halbe Stunde. Digga. Das sieht so geil aus, die Waffe. Du hast da Streichhölzer drin. Ich will gucken, was sie kann. Vorher noch. Was? Ich hab so viele Zeit gefragt. Ich vermisse, dass sie weg sind. Ja, ja, fine, fine, fine. Warte, nur von Ernst, Harz schießen und dann Feuer. Ja, ja, fine, 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 fine. Und es hat es geklappt auf die Tür. Die Tür knackt auf die Tür. Die Polizei, sie werden uns in das Haus gehen. Was? Sind Sie schuldig? Du glaubst das? Ich信 das nicht? Ich vertraue nicht auf die Tür. Die haben meine Unternehmung verloren. Oh, die Polizei. Sie haben die Brust. Nein. 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 Ich hab Streichhölz auf dem Rücken. Man, man ist echt besser sich scheiden zu lassen, ne? Mann, jetzt wollte ich dich abschießen. Kann ich dich auch. Ja, ich glaub deins kann nicht so viel Schaden anrichten wie meinst. Der weiß. Mit deinem Harz. Was kann meine Waffe jetzt so Worte machen? Oha! Oha! Alter was ist los mit der? So. Oha! 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 Oha!